Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter ungeplanter Teil, ich habe nämlich vergessen darauf die Zahlen durchzunehmen, ich habe das nämlich beim ersten Teil heute, beim Tageshoroskop vollmundig angekündigt und möchte das nicht schuldig bleiben, so ich kann, möchte ich natürlich immer mein Wort halten, so gut es halt eben geht, bitte um Verzehrung, wenn ich das leider nicht immer machen kann, aber in dem Fall, warum nicht? Ich habe in dem Horoskop noch ein paar Datumsangaben, die vier möchte ich hier zumindest durchnehmen, wir haben hier noch ein Trigon zwischen Mond und Aszendenten, was ich mir hier zwar aufgeschrieben habe, also da steht es, Mond, Trigon, kann man das lesen, Aszendent, aber ich habe es nicht erwähnt, ja man muss halt nur lesen, was man aufschreibt und das spricht für eine starke Anpassungsleistung und das geht eben von der Stadzi Baden-Hunter aus, also die sind offensichtlich flexibler als man glaubt, aber das ist halt bei allen so, also liberal, die sind sehr sehr beweglich, wir haben hier den Pluto als Herrscher des zweiten Hauses, im vierten Haus, im Wassermann, hier haben wir natürlich wieder wegen Spitze zweites Haus im Skorpion das leidvolle Thema Geld und Finanzen und ich glaube, da hat die Bevölkerung mittlerweile einen großen Nachholbedarf, also das heißt, viele Leute sind einfach bankrott und pleite und können sich das tägliche Leben nicht mehr leisten, aber wie gesagt, es gibt ja genug Empfehlungen, man kann ja sozusagen Pfandflaschen sammeln und man kann sozusagen in Mistkübeln nach verwertbaren Resten suchen, während gewisse ungebetene Gäste in fünf Sternen Hotels residieren. Wir haben folgende Gewinnzahlen, aber ich würde sagen, ja, machen wir es, machen wir es aufgeteilt. Zunächst einmal die alte Zahlenreihe 14.04.2023, das ist die 14, die 18, die doppelte 20, die 22, die 25, aus der sich dann die 7 ergibt. Die 14 steht für Bescheidenheit, na, das passt hundertprozentig Bescheidenheit, spitze viertes Haus im Skorpion, ich berichte eben Steinbock, Herrscher von vier Saturn, das ist die Bescheidenheit in Rheinstkultur. Dann haben wir gleichzeitig das Ende der Täuschung oder Enttäuschung, eine starke Position des Mondes. Ich hätte jetzt hier in dem Horoskop, naja, ich nehme diese Karte auch gerne für neptunische Kräfte und ja, Neptun hat natürlich wegen der beiden Halbsummen nach rechts hinauf und nach links hinunter, haben wir doch eine zentrale Position Neptuns. Aber der Herrscher des 12. Hauses, Merkur, befindet sich im 8. Haus, also das heißt, hier ist natürlich auch das Thema Lüge, Betrug, Machenschaften sehr stark im Fokus und wird sehr ernst genommen. Aber ob das die 18 ist, naja, die 20 als doppelte Vertretung des Gerichtes, die Auferstehung, naja, die ist schon stark vertreten über den Hauptaspekt. Ja, Sonne, also Sonne, ja, ich weiß, nach 20 Uhr bin ich nicht mehr zu gebrauchen, Entschuldigung. Sagen wir, das ist der Saturn, aber eins haben Sonne und Saturn gemeinsam, sie beginnen mit S und ja, und das dumme X ist auch noch drinnen vorm scharfen H. Also das heißt, wir haben hier Saturn-Herrscher von vier im Quadrat zu Venus-Herrscherin des 8. Hauses. Na, das heißt schon einiges, ja, also das ist schon mal eine sehr starke Besetzung des Themas. 20 schicksalshafte Auferstehung nach dem Tode. Die 22, eine Meisterzahl, aber auch eine Hochmutzahl, eine Zahl der Blockaden, Verzeihung, der Sturheit. Man möchte nicht lernen, aber man wird lernen müssen. Na, das würde ich am ehesten sagen, ist der Herrscher von 10 in 4, weil die 22 ist eben eine Viererzahl. 2 und 2 ergibt die 4. Die 25 als Streitzahl, naja, könnte ich, naja, es ist nicht nur die Streitzahl, es ist auch eine Rachezahl. Da muss man auch dazu sagen, man möchte unter der 25 anderen etwas auswischen. Also Heimzahlen, naja, das ist eine starke Besetzung des 8. Hauses, aber Herrscher von 9 in 8, 12 in 8, 6, also 5, 5 in 8 Uranus, ich weiß nicht, ob das die 25 ist. Die letzte Zahl ist zumindest sehr aufbauend, die 7 sozusagen ohne Fleiß, kein Preis, der sich anstrengt, wird Erfolg haben. Gut, jetzt schauen wir mal schnell bitte auf diese vier Auslösungen. Wir haben hier einen Umlauf von 179 Tagen, also von hier rückwärts gerechnet wieder zum Aszendenten. Das heißt, ein Haus hat 14,9 Tage Länge, also ungefähr ein halbes Monat. Das heißt, wir kommen hier nach 1, 2, 3 Tagen, das wären dann insgesamt, was waren das, nicht ganz 50 Tage. Das heißt, wir kommen auf den 1. Juni. Haben wir hier eine Marsauslösung im Zusammenhang entweder mit Handelspartnern, mit Feinden oder mit den militärischen Aktionen im Osten und auch mit dem Finanzsektor. Müsste am 1. Juni irgendetwas geschehen, was es ist, kann ich leider nicht sagen. Wir haben die Venusauslösung, ich glaube, die habe ich erwähnt, nach 61 Tagen. Das heißt, 14. oder 15. Juni steht hier an und zwar müsste das halt ein schwieriges Ereignis sein, weil es Herrscher von 1 in 8 ist und Venusherrscherin von 8 in 8. Also das könnte auf einen starken Niedergangsprozess hindeuten. Hier kann etwas Heftiges geschehen, auch wenn es die Venus ist. Aber bitte nicht vergessen, die Venus galt ja bei den Mayas und Azteken als Kriegsgöttin, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, sollte man nicht unterschätzen, die Venus. Uranus hat ab dem Tag 69 von hier gerechnet, 1, 2, 3, 4 Häuser, 4,6 Häuser habe ich gerechnet und hier haben wir Auslösung 22.06. und Merkur haben wir am 24.06. nach 71 Tagen eine Auslösung und wie gesagt, Uranus zeigt uns, dass hier etwas mit dem Wohlstand, mit der Wirtschaftsleistung geschehen muss. Das heißt, hier muss ein einschneidendes, rasantes Ereignis geschehen. Ich weiß es nicht, was es ist, vielleicht wenn du das im Kalender vermerkst. Und am 4, 2 Tage später haben wir dann im Zusammenhang mit dem fernen Ausland, ob das jetzt ferner Osten oder wilder Westen ist, weiß ich nicht, beziehungsweise auch mit dem Thema Lügenbetrug, Machenschaften, auch hier möglicherweise eine Aufdeckung, weil 9. Haus kann natürlich auch für die Wahrheit stehen. Und deswegen die Besetzung 9. und 12. Haus zugleich ist natürlich These, Antithese. Das ist natürlich kontraproduktiv. Auf der einen Seite 9. Haus, auch noch spitze in den Zwillingen, also in Opposition. Das heißt, hier geht es um Kommunikation der Wahrheit und hier geht es sozusagen um das Nachdenken Jungfrau über die Lügen. Also könnte diese Merkur-Auslösung um den 24.06. sechs Monate vor Weihnachten doch eine interessante Botschaft bergen. So, und als letzte Information, und dann hören wir für heute bitte auf, ja, 1950 haben wir schon hinter uns gebracht. Ich habe leider ein längeres Telefonat geführt und konnte in dieser Zeit nichts machen, aber das werde ich dann nachholen. Wir haben hier die neue Zahlenreihe 26. Grad des ersten Monats wieder im Jahre 1740. Wir haben die 26, 27, 28, 35, 39 doppelt und daraus resultieren die 12. Und das ergibt dann die 3. Schauen wir, ob wir in dieser Zahlenreihe etwas herausfinden. Und da habe ich hier halt wieder, ja, das erste Zahl, meine Lieblingszahl, die 26. Ich weiß nicht, wo ich die rauslesen soll. Also, schwierig, ja. Also, ich habe einen Verdacht, aber wie auch immer. Wir haben hier die 26. Man wollte es sich leicht machen. Naja, vielleicht könnte das, das sechste Haus in Zusammenhang mit Fische, Energie und Neptun, könnte hier durchaus so ein bisschen in diese Richtung gehen. Die 27, das ist dann schon wieder das Gegenteil von dem her. Das ist der Fleiß, der 200-prozentige. Man nimmt die Dinge sehr, sehr genau. Könnte ich, könnte ich in Zusammenhang bringen, so ein bisschen mit Steinbock und Saturn-Thematik würde so ein bisschen passen. Die 28 haben wir hier die große Sturheit, aber wenn die erlöst wird, hat man halt ein immenses Potenzial. Wo könnten wir die 28 herauslesen? Naja, feste Besetzungen haben wir 1, 2, 3, 4. Und, naja, ansonsten zweites, elftes Haus nicht besetzt. Die Sternzeichen Wassermann und Stier sind jeweils zweimal besetzt. Und hier haben wir sogar zwei feste Planeten in einem, also festbesetzten Sternzeichen in einem festen Haus auch noch. Aber ob das jetzt die 28 ist, wage ich einmal zu bezweifeln. Die 39, eine Machtzahl, Zwangsbeglückung, große Leidenschaft, Sexualität, Fanatismus, Machtausübung, Intensität, große Intensität, naja gut, da muss ich nicht lange schauen. Herrscherin von 1 in 8, starke Besetzung des 3. Hauses und noch Herrscherin von 1 in 8, 8 in 8 und dann noch die Bevölkerung im Aspekt zur Herrscherin des 8. Hauses. Ich glaube, die 39 ist hier überrepräsentiert. Für die Bevölkerung haben wir hier auf jeden Fall eine Zeit des Kopfstandes. Das ist der Gehängte, das heißt, hier wird die Welt dann Kopf stehen. Und, naja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Mit der Halbsumme und mit dem Aspekt zwischen Venus und Saturn kann ich mir durchaus die 12 vorstellen, dass sozusagen hier nicht mehr alles so bleiben wird, wie es gewohnt ist und wie es war. Und das erkennen wir aus dem 5. Haus, da geht es nicht nur um Kinder, sondern auch um unseren Wohlstand, um die Kreativität. Das, was wir erschaffen sozusagen, was wir auch an Freizeitaktivitäten machen, weil das 5. Haus steht auch für das Thema Urlaub. Aber der Urlaub ist Herrscher von 5 in 8, würde ich sagen, gestrichen. Wobei man sich dann die Farbe aussuchen kann, grün, gelb, blau oder rot. Als letzte Zahl der Quersummeter 12 ist dann die Herrscherin und hier geht es um große Kreativität, aber auch Gestaltungskraft. Und hier ist der Uranus sozusagen auch angesprochen. Haben wir hier ein großes Potenzial in diesem Horoskop? Naja, durchaus. Es ist ein großes Potenzial, aber es wird halt interessant und schwierig sein, dieses Potenzial zu nützen. Wir sehen auf jeden Fall die Sonne als Herrscher des 11. Hauses im 7. Haus. Das heißt, hier haben wir das 11. Haus. Hier ist die Gruppenbildung sehr stark im Vordergrund. Wir haben auch hier die Sonne auf Steinbockgraden, 22, 30 bis 25 Grad. Das heißt, hier können wir durchaus auch große Aktivitäten sehen bei der Gruppenbildung. Und ich kann immer nur euch an das erinnern, was ich immer wieder gesagt habe. Bitte halten wir zusammen. Lassen wir uns nicht aufgrund von egoistischen kleinen Motiven auseinander dividieren. Also das heißt, dass jetzt Gruppen zerbrechen oder irgendwelche Dummheiten geschehen. Ich kann euch nicht sagen, bitte unterlasst das unter allen Umständen. Je mehr wir in Gruppen sind, je mehr wir uns in Gruppen organisieren, desto besser. Also ich kann nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Bitte lasst alle egoistischen Motive und Ambitionen hinten anstehend. Denn jetzt, wie wir aus den letzten Horoskopen schön herauslesen können, kommen große Hürden auf uns zu. Und das heißt, bitte gemeinsam sind wir stark. Und das war auch das, was ich in der Wandergruppe aufgerufen habe. Bitte halten wir zusammen. Bleiben wir zusammen. Denn gemeinsam sind wir stark. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.